Hirschberg ist eine Landstadt im Süden des Thüringischen Saale-Ola-Kreises am Oberlauf der Sächsischen Saale. Sie grenzt unmittelbar an den Freistaat Bayern. Geografie Angrenzende Gemeinden sind Birkenhügel, Potiga und die Stadt Gefäll im Saale-Ola-Kreis sowie Berg, Köditz und Töpen im Bayerischen Landkreis Hof. Geschichte Ein Saale-Übergang war sicherlich der Anlass zum Bau einer Burg und somit die Voraussetzung zur Entwicklung der Stadt Hirschberg. Von der Burg sind nur noch Mauerreste des Turmstumpfes erhalten geblieben. 1154 wurde Hirschberg erstmals urkundlich erwähnt. 1232 nannte man einen Rutheris von Hirschberg. Dann begannen wechselhafte Besitzverhältnisse. 1296 erwarb Rudolf von Habsburg die Burg und verpfändete sie an die Wügte von Plauen. 1357 waren die Vertiner Besitzer. 1359 erwarb die böhmische Krone die Weste. 1480 zu 1664 besaßen die Herren von Beulwitz die Burg. 1664 kaufte Heinrich X. aus der Linie Reus-Lobenstein-Ebersdorf das Anwesen und begann mit dem Wiederaufbau. 1680 zu 1711 war eine Seitenlinie der Reusen am Ort. Das Schloss diente als Residenz. In dieser Zeit baute man ein neues Schloss das 1825 weiter ausgebaut wurde. Bis 1808 blieb Hirschberg böhmisches Lehn. Ab 1920 diente das Schloss Wohnzwecken und als landwirtschaftliches Verwaltungsgebäude. Die urkundliche Ersterwähnung der Stadt war 1296. 1479 verlieh der böhmische König Wladislaus die Stadtrechte. Im März 1848 war die Stadt das bedeutendste Revolutionszentrum im Fürstentum Reus-Lobenstein-Ebersdorf. Nach der Abdankung des Fürsten Heinrich der 72., im selben Jahr ging Lobenstein-Ebersdorf in der Schleiserlinie als Reus' jüngere Linie auf zu der Hirschberg bis 1918 gehörte. Während des Zweiten Weltkrieges mussten 77 Ostarbeiter in der Lederfabrik noch Zwangsarbeit leisten. Im April 1945 wurden KZ-Häftlinge eines Todesmarsches vom KZ Buchenwald zum KZ Flossenbürg durch den Ortsteil Sparnberg und die Saale getrieben. Denn die Brücke war bereits gesprengt. Zwei Häftlinge wurden von SS-Männern ermordet und fanden auf dem Friedhof von Sparnberg ihre letzte Ruhe. Zwei Grabdenkmale erinnern an das Geschehen. Von 1945 bis 1989 war Hirschberg Grenzort an der innerdeutschen Grenze sowie ab 1966 Namensgeber des Grenzübergangs an der A9. 500 Jahre lang war die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt von der Lederverarbeitung geprägt. Im vergangenen Jahrhundert war die Lederfabrik Hirschberg, die 1741 gegründet worden war, zeitweise größter Produzent von Schuh- und Sohlenleder in Deutschland. Auch nach der Enteignung der Familie Knoch 1947 war der VEB-Lederfabrik der wirtschaftliche, aber auch soziale und kulturelle Mittelpunkt der Stadt. 1992 ging die Firma in Konkurs. Von 1993 bis 1996 wurde die 16 Hektar große Fabrik bis auf das heutige Museum für Gerberei und Stadtgeschichte abgerissen. Am 1. Januar 1974 wurde die Gemeinde Wenska mit dem Ortsteil Juchhö in die Stadt eingemeindet. Am 8. März 1994 wurden Göritz mit Leesten, Spanberg und Ullasreuth eingemeindet. In Klammern. Entwicklung der Einwohnerzahl. Datenquelle ab 1994. Thüringer Landesamt für Statistikpolitik. Die Kommunalwahl vom 25. Mai 2014 führte bei einer Wahlbeteiligung von 54,3% zu folgendem Ergebnis. Wappenblasonierung. Der Hirsch spielt auf den Namen der Stadt an, der offenbar mit einem Rutscheres der Hirzburg zusammenhängt, dessen Familie den Hirsch im Wappen führte. Bei dem Adler am Spalt handelt es sich vermutlich um den Reichsadler, älteste Siegel, so eines mit der Umschrift des K.A.I.S.E.R. Privileg S.T.A.E.T.L.E.I.N.S.H.I.R.S.B.E.R.G. an der S.A.L.I.N.S.I.G.L.L. stammen aus dem 17. Jahrhundert. Das ältere Wappen zeigt das gleiche Wappenbild, aber in veränderten Tinkturen. Hirschberg unterhält Partnerschaften zu der bayerischen Gemeinde Berg und zu der ungarischen Gemeinde Pilsmarot. Es bestehen außerdem freundschaftliche Beziehungen zu den nahegelegenen Städten Gefäll, Tanner, Schleitz und Bad Lobenstein. Kultur und Sehenswürdigkeiten Durch Hirschberg führen der Saale-Oller-Wanderweg, der Kalbockweg und der Saale-Radweg. Hauptartikel Seingt An der Saalebrücke befindet sich ein Museum für Gerberei und Stadtgeschichte. Das Schloss Hirschberg thront über der Stadt. An dieser Stelle wurde bereits Anfang des 13. Jahrhunderts eine Burg erbaut. Das Kulturhaus der Stadt wurde als eines der ersten in der sowjetisch besetzten Zone 1947 errichtet. Nach der Sanierung enthält es einen großen Saal mit ca. 600 Sitzplätzen und eine Galerie mit 180 Plätzen. Der Naturpark Haag ist eine bewaldete Felswand mit einer Mischung aus Laub und Nadelwald direkt an der Saale. Von der Stadt aus ist der Haag über einen Hängesteg entlang der Saale und vom Schlossberg aus zu erreichen. Durch den Haag verläuft der Saale-Oller-Wanderweg. Das traditionelle Wiesenfest findet seit 1852 mit Unterbrechungen im Zweiten Weltkrieg und wieder seit den 1970er Jahren jährlich am letzten Augustwochenende von Donnerstag bis Sonntag statt. Wirtschaft und Infrastruktur Die Stadt befindet sich zwischen der Bundesstraße 2 und der Bundesautobahn 9. 1892 bekam Hirschberg mit der Bahnstrecke Schönberg-Hirschberg Anschluss an die Bahnstrecke Leipzig-Hof. Die Strecke wurde bis 1994 im Personenverkehr und bis 2000 im Güterverkehr bedient. Die nächstgelegenen Bahnhöfe sind jetzt Grobbau am Abschnitt Plauenhof der Sachsen-Franken-Magistrale und Köditz an der Bahnstrecke Hofbadsteben, beide etwa 11 Kilometer entfernt. Mit den Linien 710, 721 und 163 des Verkehrsunternehmens Kombus hat Hirschberg Anschluss an die Städte Schleitz und Plauen. Das holzverarbeitende Unternehmen Rettenmeier betreibt hier ein Werk, Persönlichkeiten, Söhne und Töchter der Stadt Hermann Rentsch, Theologe und Sprachforscher, Martin Mutschmann, Gauleiter der NSDAP und Reichsstadthalter in Sachsen, Otto Zinn, Jurist, Politiker von 1936 bis 1945, Oberbürgermeister von Gera, Albin Schöpf, Mitbegründer und erster Direktor des Dresdner Zoos, Hermann Stemmler, Maler und Grafiker des Stuttgarter Hölzelkreises Kriegstod in Rätel, Galerie, Hirschberg im Sommer, längste Holzbank im Vogtland, Hirschbergs Wahrzeichen auf einer Klippe unterhalb des Schlossberges, Wenzels Höhle, Hängesteg.